Wir sind das Team, kennst du den Sport? Also, unsere Idee war es, eine Quiz-Webseite zu machen, wo man verschiedene Fragen zu verschiedenen Sportarten beantworten kann und so vielleicht neue Sportarten kennenlernt, die man auch für sich dann entdeckt. Genau, wer hat eigentlich alles mitgemacht und wer hat was gemacht? Also, das Frontend-Team waren einmal ich, Paul, Lene und das Backend-Team waren einmal Emma und Nora. Im Frontend haben wir mit HTML, CSS und JavaScript gearbeitet, im Backend mit Python, mit Bottle und SQLite, also SQL-Datenbanken. Genau, natürlich hatten wir auch einige Herausforderungen, beispielsweise, dass wir am Anfang viel zu viel vorhatten, wir hatten viel zu viele Ideen und mussten erstmal schauen, was wir überhaupt in dieser Zeit, die wir haben, umsetzen können und was realistisch ist. Einige kannten sich einfach auch noch nicht mit dem Programm aus, die wir genutzt haben, das heißt, wir mussten uns damit erstmal zurechtfinden. Technische Probleme gab es auch und zwischendurch hat ab und zu mal die Konzentration nachgelassen, weil man einfach komplett müde war oder so. Was wir noch machen wollen, was noch nicht so vielleicht perfekt ist an der Website bis jetzt. Wir wollen auf jeden Fall noch mehr Zeit in die Gestaltung stecken, da man da bestimmt noch viel machen kann. Wir wollen auch mehrere Quizze noch erstellen, da es sehr viele Sportarten gibt, die vielleicht unterschätzt und nicht wertgeschätzt werden. Und auch gegen andere Spieler, also ein Online-Modi, wo man gegen andere Spieler spielen kann und Ranglisten erstellt werden. Und Fakten zu verschiedenen Sportarten hinzufügen, damit man sich mit denen auseinandersetzen kann. Ich mache einfach mal weiter. Also wir wollten noch machen, dass man dann direkt Vereine in der Nähe sieht, bei denen man dann auch direkt ein Probetraining beantragen kann. Man soll sich auch ein eigenes Profil erstellen können, womit man dann in den Ranglisten angezeigt wird. Und wir wollten noch einen neuen Modus hinzufügen, welcher Sport passt am besten zu mir. Aber da sind wir gerade erst beim Testen. Das war tatsächlich die erste Zeichnung, die wir angefertigt haben. Wir hatten noch nicht so eine richtige Idee für das Startbild, also wie die Website überhaupt aussehen soll. Für die Frage, also wenn die Frage angezeigt wird, hatten wir eigentlich schon ein relativ klares Bild. Eigentlich genauso wie bei Quizduell, bloß halt mit Sportfragen. Und wenn man dann alle zehn Fragen beantwortet hat, kam man zu einer Ergebnisseite. Dort hatte man dann so wie zu sagen Kärtchen, wo eben angezeigt wurde mit grün und rot, welche Farben man richtig, welche Fragen man richtig und welche Fragen man falsch hatte. Wenn man die dann angeklickt hat, wurde man zu einer neuen Seite sozusagen weitergeleitet, wo man dann die Frage gesehen hat und die richtigen und falschen Antworten. Und am Ende kann man dann zurück zur Startseite. Genau, also ich habe mich ein bisschen um die Fragen gekümmert. Ich habe mir sehr viele Fragen ausgedacht und die in eine Tabelle geschrieben. Und dann habe ich noch ein Programm geschrieben, wodurch dann die Fragen auf der Website zufällig angezeigt werden. Sozusagen zufällige Fragen aus bestimmten Kategorien ausgewählt werden. Hier sieht man dann nochmal den Aufbau von der Tabelle. Das ist jetzt die Start-Website, wie sie gerade im Moment ist. Ist noch sehr einfach aufgebaut. Links oben hat man dann halt den Knopf, wo man dann alle Quizze, die wir bis jetzt haben, sehen kann. Sonst nichts Besonderes. Ich im Frontend-Team habe die Fragenbox sozusagen designt und wenn man jetzt zum Beispiel auf einen Button drücken würde, der richtig ist, wird die Antwort daneben zum Beispiel grün und wenn man etwas falsch drückt, wird die Antwort rot. Gut, das ist eigentlich schon fertig. Wir hatten aber leider nicht die Zeit, das jetzt noch mit dem Backend-Team zusammenzufügen. Aber das wird sicher in nächster Zeit kommen.